Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull & Bones. Säundlicherweise bereitgestellt durch Ubisoft. Ich darf bei dir wieder das machen, okay. Lass mal bitte schauen. Mir gehört ja hier irgendwas. Hier, na, aber das sehe ich so nicht. Ah, Bruder, hier kann ich sehen. So, die ist schon wieder inaktiv. Weil der Lagerraum voll ist. Oder wie? Ich habe jetzt nicht kapiert. Versorgungspfad deaktiviert. Hm. Sonst kann ich ja hier im Moment noch nichts einnehmen. Oder wie? Oder was? Oder muss der einfach hinfahren? Ne, die nächste Übernahmegelegenheit abwarten. Okay, ähm, whatever. Wir sind ja hier in Sankt N. Unsere Quest, Hauptquest ist... ...das hier. Soll da einmal hinfahren wahrscheinlich, oder wie? Okay, ähm... Okay, ähm... ...können wir mal hinstellen. Wir haben ja nur ein Mörser 1. Der Rest ist ja schon eigentlich... ...ziemlich gut. Auch die Panzerung ist ein Fünfer. Das heißt, wenn ich mal hier in meinen... ...Kodex gehe. Deckbewaffnung. Halbkanone sagte mir auch wieder irgendwas. Die Zimzama. Drei. Ne, keine Halbkanone. Ich will, wenn dann... ...Kalvarine und Basilisk. Drei gäbe es aber auch. Aber kann ich nur... ... beim Palkabuta gegen so... ...dings Münzen. Holen. Also da sind wir im Moment so ein bisschen... ...also ich nehme die normale. Aber ich will halt eigentlich die. Bin ich ein bisschen festgefahren. So, Hilfswaffen. Könnten wir auch Raketen holen. Aber eigentlich mag ich Mörser. Mörser sind cool. So, jetzt gibt es wieder Reparatur. Wollen wir nicht normale? Wollen wir auch nicht. Da ist... ...Leopold 2 wäre wahrscheinlich das. Also Floh ist auch wieder nur... ...mehr will ich nicht leisten. Aber diese Echtgeldmünzen. Die Necropolis. Wo ist das? Da drüben. Kann ich den holen. Okay. Ähm. Dann. Fahren wir kurz los. Geben das hier ab. Machen. Vielleicht. Ne. Die Abtrünnungenjagd will ich eigentlich erst machen, wenn ich es fertig bin. Jetzt reise ich kurz hier hin und fahre schnell zu meinem... ...dings da. Ähm. Schaut mal, hier habe ich jetzt eine Brandvollkanone 3 irgendwo, ne? Nice. Die nehmen wir natürlich schon her. Einser hätten wir auch genügend. Hinten hätten wir eine Bombarde 3. Selbst die Bombarde 5 ist ein bisschen schlechter. Weil eine 3er ist halt schon ultra stark. Okay, dann Zegel setzen. Nice. Haben wir jetzt schon ein 9er Schiff, oder? Hatten wir das letzte Mal, hatten wir glaube ich schon, oder? 9 war mal glaube ich schon. Ich schätze, es war klug von Anja, sich vom Ruhm und den Einkünften dieses Buches fernzuhalten. Weiß nicht, ob ich es genauso gemacht hätte. Freemans Legende ist eine Inspiration für alle Piraten. Doch sie ist auch gefährlich. Geschichten haben Macht, Captain. Vergiss das nicht. Ihr braucht günstigen Wind, Captain! Ja, den hätte ich jetzt auch gern, diesen günstigen Wind. Im Moment ist er nur billig, nicht günstig. Hihi, hi, hi. Na ja, whatever. Sag das. Dann reisen wir vielleicht sogar hierhin und da hin. Ja, aber wir fahren da halt schnell, ne? Soll ich jetzt nicht morgen jetzt mal alles? Mach nicht eine fest! Könnte unser letztes Fall sein, Freunde! Jetzt kommen wir wieder mit der Steuerung ein bisschen durcheinander. Kann das sein! Jetzt wo ich wieder SS-Discuit nebenbei spiele. Ich muss da echt immer hinfahren, um meine Sachen abzuholen, um meinen Gewinnen. Ja, auf Dauer irgendwie so ein bisschen blöd vor. Schauen wir mal. Haut rein! Ein leerer Magen kämpft nicht gern. Das stimmt. Oh, die ist halb voll. Ich kapiere es halt noch gar nicht. Abtrünnige werden hinter uns her sein, Captain. Bringen wir die Achterstücke schnell ans Ziel. Lassen Sie den Wind fangen! Ah, wenn ich die Achterstücke abhole, dann darf ich auch nicht mehr... Was ist das wohl, Captaini? Die greifen uns an! Die Reißung versenkt! Die sind in Reichweite! Die sind in Reichweite! Geht, Captaini! Wieso haben denn die eigentlich immer keine Schwachstellen? Sie sind zu vordern! Ihr sterbt bald! Waffe, nein, das ist bereit! Waffe, nein, das ist bereit! Feuer in der Eröffnung! Kegel, einholen! Ein bisschen Arach zu retten! Wir sind kurzweite! Gut neu, ja. Ich hab mir erstmal euren Kopf geholt. Letz' ich mal, ne? Oder? Nochmal ne Bombarde 5. Ne, da hat tatsächlich gar keinen so'n Kopf dabei gehabt. Gut, dann... Mal weiter. Okay, also man muss so... Und dann natürlich nicht so easy so... Abholfahrten machen. Ich mach das jetzt gar für 26 Stück. Echt viel. Aber naja, es ist wie es ist. War immer dieser Gegenwind. Wieso ist das immer so? Ich sag, es ist halt immer furchtbar lustig, weil ich lese immer. Ja, Wind eh vollkommen egal. Genauso wie Unwitter, weil man hat immer Rückenwind. Ich hab'n... Ich hab'n... So selten Rückenwind. Jetzt ist es halt einfach Seite oder... Oder kein Wind. Oder doch. Schade, das... Das, was im Trailer vorkam, diese... Diese Windanzeige. Dass das nicht im Spiel geschafft hat. Das hätte, glaub' ich auch... Trotz Live-Service und allem... Hätte es, glaub' ich, hier gut reingepasst. Auch bei Live-Service-Spielen. Willst du keine Beschäftigungstherapie, sondern doch irgendwie so'n bisschen Anspruch haben. Ähm... Wenn's halt so'n großes ist wie das hier. Wie habt ihr das Festland gefehlt? Endlich! Mh-hm. So, ich ruhe kurz das her. Zurück. Braucht ihr mehr Lagerraum? Naja, eigentlich nicht, oder? Ich habe gelernt, dem Fahrer-Clan zu vergeben. Rache ist ein Zaumzeug, das einem die Freiheit nimmt. Da gebe ich mich lieber... Verkaufen wir nämlich mal solche bisschen. Gut. Ja, alles gut. Wir gehen hierher und verkaufen die... Mein Hammer gehört euch! Hm. Ja, hier hätte ich ja sogar sowas. Mein Schmiedefeuer brennt immer flach. Dann... Versorgungsfahrt für die Manufaktur durch. So, jetzt wollen wir aber mal hier hochfahren. Die endlich abgeben. Okay. Gebt hier volle Segeln! Das sind ja auch hübsche Schiffe. So. Dann einmal die anderthalb Kilometer darüber. Tinkeln. Wenn beau, live die Geben. Bestes... Hä? Ne J kindergartner hat noch nichts für uns. Progressiert die K Tiback otherwise? Hat jeder eine Ration bekommen? Segel einholen! Hier verbraucht gar nichts für mich. Was ist das? Eine Ruderwette. Irgendwie ein anderer Spieler. Da immer eine Ruderwette ist. Die fahren alle mit dem Schiff. Kontakt mal des Fernsees. Eigentlich ist das sogar, dass das man vom Kaperbrief bekommt oder so. Gut. Ein Mörser? So ein teuflisches Ding trifft mehr als ein Ziel. Dann... Machen wir den hier verfolgen. Hier irgendwo ein schnelleres... Schnellreiseziel? Ne. Das Telok Pinjara. Scheinbar nicht. Dann... Einmal hier hoch. Und einmal los. Kann ich lange rum machen. Um unser Schiff noch ein bisschen besser zu machen. Mh, da können wir am Weg schauen. Ist nicht sowas hier irgendwo... ...sammeln kann. Okay, nein. Ich sehe einen Außenposten, Kapitän. Ob hier direkt ein Außenposten ist. Segel runter. Echt? Drei. Ausbranzierter Mast. Okay. Diese Türme sind uns... Fast. Machen wir. Mach ich wieder zu schnell mit dem Escape drücken. Okay. Und jetzt habe ich es wieder kaputt gemacht. Ich bin zuckengeduldig. So, auf geht es gleich wieder drauf. Fangen wir an. Fangt den Wind ein. Bis hier. Stell! Der Cast ausguckt. Heuslager geht nicht ins Kapitän. Steuerbar! Gut. Was zur Puckung ist das? Regel 6! Gute Arbeit! Feuer! Geht! Bereitsung versenken! Feuer! 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 Nervt halt, dass die echt immer gar keine Schwachstellen haben. Nervt halt, Leute! Nervt halt, Leute! Nervt halt, Leute! Nervt halt, Leute! Wir müssen sterben, Kapitänik! Spiel, Kapitän! Alles in Ord, um! Zu! Feuer ist wieder! Kapitänik! Wir haben keine Chance! Wir sind am Ende! Meiner Klingel sind das Blut anstellen! Wind und mein Ziel! Komm, Kapitän! Ihr lasst doch nach! Eure Tage sind gezählt! Ihr Schweine! Da sind wir, glaube ich, immer immun, wenn wir die werfen. Ihr seid doch auch Piraten! Die Obwellen gibt es auch wieder. Und die ist 12. Das ist halt alles schwierig. Das sind alles Sachen, die man nicht alleine schaffen kann. Glaub ich. So, da ist ein Vor. Gut. Kapitän! Eine Gelegenheit zu blindern! Ist dich satt! Bleib bei Kräften! Ja, wir wollen vor allem hier unten irgendwie auch so ein bisschen schnelle Reise von können. So, meine Quests werden langsam ein bisschen kleiner. Ein bisschen weniger. Acker Kakao gibt es hier unten. Überall. Sagen wir mal. Da werden wir uns mal ein bisschen eindecken. Weil ich denke sogar, das ist halt bezahlen. Weil ich jetzt keinen Bock habe, da eine Hauptstadt zu plündern. Also, ganz unabhängig davon, dass ich da sicher viel zu schwach für bin. Da bin ich scheinbar doch schon an Bord gegangen. Ich wollte eigentlich gerade schauen, ob es nicht mit einem Fernrohr genauso funktioniert. Ja. Das Beste aus Niederländisch Indien. Darf. Keine Rückerstattung. Eine Brigantine. Ihr macht euch doch gern mit. Okay, ey. Ach. Ich dachte schon, ich hätte es wieder kaputt gemacht. Habe ich aber wohl, Gott sei Dank nicht. Aber ich habe schon wieder gerochen, dass es knapp war. Okay. Ach. Da. Wieder weitergehend Süden. Da ist das Kriegschiff. Wir brauchen Unterstützung. So. Ja, es wird jetzt langsam dann spannend mit dem Wurf, wenn ich keine Unterstützung bekomme. Ich meine, irgendwie gibt es ja diese Skippel-Rufen, oder? Kein Bock auf dich. Ja, Schiff, ist eine Brig. Ja, ich habe einen Kopf dabei. Warte mal, ne. Ich will nichts filmen werden. Was kann das sein, Kapitän? Boah. Hier gibt es nichts für uns, Kapitän. Nur Blut. Achso. 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 Da habe ich alleine auch gar keine Chance. Mann, ich war keine Spiele, die auf Koop ausgelegt sind. Irgendwann, wenn es so weitergeht, dass wir jetzt irgendwie quasi da jetzt nichts mehr machen können, dann weiß ich nicht, wie weit ich da weiterspiele. So, das reicht eh noch nicht. Aber naja, wir haben es zumindest. Okay, dann wenn wir wollen hier rüber schiffern. So. Dann den besseren Mörser. Müssten wir auch ein 10er Schiff haben und sich. Mal kurz gucken. Kodex. Wenn ich jetzt schaue. Anzerrungen. Dann wieder Eisern 5. Kodex. Wenn ich jetzt schaue. Anzerrungen. Dann wieder Eisern 5. So. Bin ich mal gespannt. Es gibt eigentlich schon noch ziemlich viele Panzerungen. Ein bisschen. Wie gesagt, sehr sehr viel geht über diese Achterstücke. Ah, da haben wir hier eine Schatzkarte für den Ort. Das wäre ja durchaus praktisch. Haben wir wohl. Ich bin tot. Ei. Mögen wir uns wiedersehen. Okay. Hier müsste ja irgendwo ein Händler stehen. Der Überseeschmuggler. Du müsst mir den Mörder verkaufen. Geopold 2. Ich habe schon kein Geld mehr. Also viele coole Sachen. Ähm. Hier müsste meine Bombardy 5. Ja, ist halt blöd. Weil ich nichts davon verkaufen will. Bringt uns irgendwas. Ja. Machen wir. Gut. Dann haben wir den Plan. Und im nächsten Part wollen wir den dann bauen. Haltet eure Zunge im Zaum. So. Dann können wir kurz nochmal gucken. Hilfswaffen. Also Leopold. Magnetit. Scheibenglas. Präzisionsbauer. Eigentlich das Scheibenglas ist unser größtes Problem. Problem. Ja. Schauen wir mal. Mal. Also. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.